Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de Mein Name ist Janik Brün und in diesem kleinen Video möchte ich dir eine sehr, sehr coole Alternative zum Array vorstellen. Denn der Array bringt in manchen Szenarien ein paar Nachteile mit sich und es gibt da eine Art von Datenstruktur, die das Arbeiten mit mehreren Werten weitaus komfortabler macht als der Array selbst. Zuerst einmal, warum sollten wir auf etwas anderes, komfortableres zugreifen wollen als auf den Array? Ein Grund dafür wäre zum Beispiel die Tatsache, dass ein Array keine dynamische Größe hat. Das heißt, wir müssen einem Array einmal eine Größe zuweisen und die behält er dann für immer. Und das ist natürlich in manchen Szenarien ziemlich doof. Und deswegen möchte ich dir heute mal die Collections vorstellen, beziehungsweise eine bestimmte Art von Collection. Und zwar die, die ich zumindest am häufigsten verwende. Und zwar die List. Die List ist wie ein ganz normaler eindimensionaler Array. Das heißt, wir können darin viele verschiedene Objekte, beziehungsweise Werte zusammenfassen. Und diese lesen. Allerdings auch hier bei einer Liste, anders als bei einem Array, können wir sie hier rauslöschen. Und das ist ziemlich cool, denn eine Liste hat eine dynamische Größe. Das heißt, wir können eine Liste einfach erstellen und dann, je nachdem, wie wir gerade lustig sind, neue Werte hinzufügen, wieder welche löschen und so weiter und so fort. Und die Größe ist hier natürlich völlig egal. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ja, wie wir das benutzen, das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Zuerst einmal, List ist eine Klasse. Du siehst es hier. Und zwar eine sogenannte generische Klasse. Das erkennt man an diesen, ja, spitzen Klammern. Eine List ist eine Collections-Klasse. Und Collections sind verbesserte Datenstrukturen, die zwar auf dem klassischen Array aufbauen, allerdings viele weitaus komfortablere Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um mit dieser Datenstruktur dann zu arbeiten. Zum Beispiel ist eine List, eine, ja, ein eindimensionaler Array, eine Liste von Werten. Allerdings ist hier die Größe dynamisch. Und wir müssen nicht einfach uns auf eine Größe festlegen und das Ganze dann immer wieder, ja, ein neues Objekt von dieser Liste erstellen, wenn wir irgendwas verändern wollen. Und eine Liste hat dann natürlich auch noch ein paar komfortable Funktionen beziehungsweise Methoden, mit denen wir arbeiten können. Diese Collections befinden sich im Namespace System.Collections.Generic. Und das ist ganz wichtig, dass man den hier mit der Using-Direktive einbindet, denn wenn ich den lösche, siehst du, wird diese Liste hier nicht mehr erkannt. So, was schreiben wir jetzt zwischen diese spitzen Klammern? Wie erstellt man jetzt überhaupt so ein Listenobjekt? Zuerst schreiben wir ein, ja, zuerst schreiben wir Listen. Wir wollen jetzt ein Objekt vom Typ List erstellen. Zwischen diese spitzen Klammern schreiben wir den Datentyp des Inhalts hinein. Das heißt, wenn wir eine Liste von Namen machen, machen wir eine List of Strings. Dann müssen wir den Namen unserer Variable angeben. Namensliste ist der Name in diesem Fall. Und dann sagen wir einfach per Zuweisungsoperator gleich New List Strings. Und dann kommen hier noch diese Klammern. So erstellt man schon mal ein Listenobjekt. Und diesem Listenobjekt kann ich jetzt beliebig Werte hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass in diese Liste ein neuer Wert reinkommt, schreibe ich Namensliste.add. Mit der Add-Methode fügen wir einen Wert hinzu. Als Parameter übergeben wir den Wert, den wir hinzufügen wollen. Und das sind Namen, die wir hier reinspeichern wollen. Deswegen schreiben wir hier zum Beispiel Günther. So, da haben wir schon mal einen Eintrag in dieser Liste. Ich mache jetzt noch einen. Namensliste.add.peter Namensliste.add.money Und den Uwe machen wir auch noch hinzu. Und dann haben wir eine Liste mit vier Namen. Günther, Peter, Manni und Uwe. Und was wir jetzt machen wollen, ist diesen einzelnen Namen mal lesen. Zuerst einmal lesen wir sie mit einem Indexer. Das kennen wir schon von den Arrays. Das heißt, ich kann hier mal Console-Write-Line machen. Namensliste. Und wenn wir den ersten Namen wollen, schreiben wir Index 0. Das kennen wir von den Arrays. Das können wir hier ganz normal auch so machen. Das heißt, ich mache mal hier in Console-Read-Key und beweist dir das, dass das auch funktioniert. So. Und der Name Günther wird ausgegeben. Jetzt ist hier das Coole. Wir können jetzt auch nach diesem Ausgeben den Namen 0 entfernen. Das heißt, wir könnten sagen Namensliste.remove. Und jetzt müssen wir das Item angeben, das wir löschen wollen. Und wir wollen jetzt mal den Günther löschen. Das heißt, wir geben hier Günther an und dann wird durch diese Datenstruktur durchgelaufen. Und es werden Objekte gesucht, die genau so aussehen. Das heißt, es werden Strings gesucht, die genau mit dem hier übereinstimmen und gelöscht. Und wenn wir dann nochmal ein Console-Write-Line machen. Und nochmal Index 0 ausgeben. Dann sehen wir, dass Peter ausgegeben werden wird. Also zuerst kommt, hier wird Günther ausgegeben. Und hier wird dann Peter ausgegeben, denn der Günther wird hier gelöscht. Mit der Remove-Methode. Und wir sehen es, es hat funktioniert. Was wir auch machen können, ist das Ganze mit einer For-Each-Schleife zu durchlaufen. Die haben wir ja schon kennengelernt, glaube ich, auf diesem Kanal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ein Video schon zu gab. Ich muss da nochmal gucken. Ich denke aber schon, dass wir das schon hatten. Eine For-Each-Schleife sieht folgendermaßen aus. Wir schreiben For-Each-String-Name in der Namensliste. Wir durchlaufen mit der For-Each-Schleife eine Datenstruktur. Jeden String-Name in der Datenstruktur-Namensliste. Also bei jedem Durchlauf wird der Name als String-Variable in diese Variable Name hier reingespeichert. Und dann können wir Namen in der Konsole ausgeben. Das heißt, wir können Console-Write-Line schreiben und Name dann ausgeben. Und dann müsste die ganze Liste ausgegeben werden. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und wir sehen, die ganze Liste wird ausgegeben. For-Each-Schleifen hatte ich schon. Ich bin mir ziemlich sicher, gibt es hier auf dem Kanal was zu. Falls du jetzt die For-Each-Schleife noch nicht kennen solltest. Damit kann man ganz einfach Datenstrukturen durchlaufen. Die sieht folgendermaßen aus. Wir schreiben For-Each. Dann sagen wir, was für Daten werden hier eigentlich abgefangen. Und zwar, mit der ersten Variable beschreiben wir, welche Werte wir durchlaufen. Das wird immer ein String sein. Und das werden einzelne Namen sein in dieser Datenstruktur hier. Und die einzelnen Namen werden dann bei jedem Durchlauf in dieser Variable vom Typ String in der Variable Name gespeichert und dann hier ausgegeben. Ganz wichtig, wir können Name dann hier keinen anderen Wert zuweisen, weil sich da nur eine Kopie drin befindet von diesem Name, den wir hier ausgeben. Das heißt, wir sprechen nicht diese tatsächliche Variable dann an in diesem Index, sondern nur eine Kopie. Die kann man dann halt ausgeben. Und ja, das sind Listen. Der große Vorteil ist hier natürlich diese tollen Methoden, die wir haben, um Werte hinzuzufügen und zu entfernen. Dann gibt es auch noch eine Methode, mit der man die ganze Liste löschen kann. Also zum Beispiel Namensliste.clear heißt das. Damit kann man jeden Inhalt aus der Liste löschen. Und es gibt da natürlich noch viele Methoden mehr, die man sich dann noch anschauen kann, die das Arbeiten mit dieser Datenstruktur um einiges komfortabler machen, als das Arbeiten mit einem einfachen Array. Und ja, das ist ziemlich cool. Das war eine der Collections-Klassen. Und ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, würden wir uns auch sehr über ein Abo freuen. Denn so wachsen wir und du bekommst die neuesten Videos immer direkt in deine Abo-Box geliefert. In diesem Sinne war es das dann auch wieder mit diesem Video. Das war nur ein kleiner Tipp, falls du das Ganze noch nicht kennen solltest. Und ja, wenn du das noch nicht gekannt hast, dann kennst du jetzt ein sehr mächtiges neues Werkzeug, um Datenstrukturen zu bilden. In diesem Sinne verabschiede ich mich dann wieder von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.